Gitter hier in Schlinge nach da. Hier einen kleinen Erdball und dann geht er wieder nach da. So. Dann geht er wieder in den Stall nach unten. Ja hier könnte ich auch was hinbauen. So was ich vor hab. Eichenholz. Das ist Eichen ne. So. Wo waren wir da? Hier den Stall. Da setzt sich die Baum hin. Das ist der Richtige ne. Ja. So. Da setzt sich mal ein paar Bäume hin. Man nicht zu viel sehen kann danach. Aber die wachsen schon noch ne. So. So. Na toller Baum. Boah ist ein Gant geworden ne. Ja. Der auch. So. Geht man ja hier so rum ne. In den Wegen ne. Kommst ja mit weiter rein. So. Sag mal wie schnell ist denn der gewachsen. Ne. Der geht nicht. So. Auch ein Baum geworden. Wie viel Pulver dafür verschwinden musste ey. Das ist unglaublich. So. So. Ja. Hier kommen noch ein paar verwüste Pflanzen hin. Wenn das dann so leer aussieht. Dass es so richtig verwildert aussieht hier. Na hier mal hier einen Baum hin. So. Ja. Wenn das mal so ein bisschen verwildert aussieht ne. Zwischen Wege kommst hier. So. Ja. Und hier hätte ich jetzt gerne mal ne Treppe. Oder. Sowas. Mach ich mal ne Treppe hin. Wenn. Der Weg muss ja anständig gerade sein ne. So. Wenn du jetzt auch hochkommst ne. Du musst natürlich jedes Mal so springen ne. Hier geht er schon. So. Dann geht er hier so kleiner Schlänger rein. Und hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier ist die Welt. Hier wollen wir hin. So. Äh. Wie kann ich denn das bauen. Dann. Ja. Machen wir mal so Steintreppen da unten ne. Mit Koppel. Besser. Machen wir dann so hier. So. Ja. So gefällt mir das. So. Das kleide ich mal richtig aus mit Koppel. So. Ja. Ist ja auch blöd ne. Aber so geht das auch. So. 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 Dann kommt hier so ein kleiner. So. Dings hin. Wenn man genau weiß. Ah. Da muss ich hin. So. Dann mach ich auch mal aus Koppel. So. Einheitlich auswirkt. So. Das kommt auch noch Koppel. So. 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 Innen kann das auch bleiben. Mache ich auch mal aus Koppel. So. Das kommt weg. So. Mach ich das aus. So. So. Mach ich das aus. So. Mach ich das aus. So. so 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 ja wenn man hier sieht dann aber hier geht's da unten so manchmal da eine fackel geht dann mal hier so rum dann mal so um da so ein kleiner abhang ausguckt so der baum kann bleiben ich brauchte mal erde so das ist ein bisschen naturlastig ein bisschen was gut aussieht da wurde was gebaut gut 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 jetzt mach ich hier krabi krabi werden so ab hier gut um euch da mal hier vergehen und da eine fackel und das verbessere ich mal ja auch kann man so anbieten aber ich habe nämlich einen fehler gemacht man kann hier nicht nur noch so dafür gibt es auch eine lösung so manchmal nehme ich hier so dann kann man hier sowieso hoch ne drüber pipi boh so dann geht es immer so ein stückchen nach oben ja auch Fehler Error 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 jetzt mal kurz hier rein ziehe hoch so so windig heute ne da haben wir auch einen Fehler gemacht dann machen wir hier zu Dichter mit Koppel mit Koppel so 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 dann dann sieht man da hier könnte ich noch was machen da mache ich mal die fackel nochmal weg dann geht hier so eine so eine Gebilde nach oben das sieht so gewollt aus manchmal hier so besser mache ich das auch noch koppel ja das so einmal so 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 geht und das so gewollt aussieht ja so mehr einmal hier da aber so und so das so gewollt so aussieht und dann machen wir hier klack bisschen so aussieht hier ihrer menschen irgendwie am berg und fern in zukunft klack klack hier klack klack den kommt weg ja dann machen wir hier noch zack 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 und hier zack zack das so gewollt aussieht so gewollt aussieht ja so so klein wie ich die menschen haben hier irgendwas gebaut hier geht irgendwo was lang hier was geheimnisvolles deswegen geht es hier so eine Bergkette hier runter und findet man irgendwas zum scheiß und genau so und zack zack plapp 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 so ähm da gehen wir hier langsam hin so so zack 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 ja ähm machen wir hier die ersten Treppenstufen um einen so hier kommen da kleine Fackeln zack 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 zack